Liebe Frau Bock, es gibt Menschen, die trifft man und denkt sich, die machen mehr Gutes als nicht Gutes. Und immer seltener trifft man Menschen, wo man das Gefühl hat, wo ich das Gefühl habe, die tun ganz vielen richtig gut. Und von denen, die ganz vielen richtig gut tun, haben sie auf jeden Fall einen Stockerlplatz, wenn sie nicht vielleicht sogar wahrscheinlich ganz oben sind. Vielen Dank für alles und alles, alles Gute!